herzlich willkommen beim stempelpalast ich habe die aktuelle aktion genutzt um mich ein bisschen mit design papier einzudecken wir haben ja im moment die aktion vier design papiere kaufen entschuldigung drei designpapiere kaufen und das vierte gratis oben drauf bekommen und so habe ich mich mal mit ein bisschen design papier eingedeckt dieses design papier heißt auf tour schwarz blaubeere granit mango gelb ananas und flüster weiß ich habe es wieder klein geschnitten kennt ihr schon von mir eine seite groß und eine seite klein aus der großen seite werden vier kleine insofern können wir uns die jetzt angucken es gibt also einmal hier ein stadtplan so ein bisschen stilisiert auf der rückseite blaue dots dann haben wir den stadtplan noch mal ein bisschen anders und auf der rückseite gibt es ein blaues gitter so hier haben wir streifen und auf der rückseite gibt es kleine fahrräder hier haben wir kleine fluchzeuge und auf der rückseite auch noch mal stadtplan aber ein bisschen dezenter hier haben wir so kleine google marker oder wie soll ich das sagen positionsmarker und auf der rückseite auch noch mal stilisierten stadtplan und kleine richtungspfeile und auf der rückseite einfaches graues karo muster kariertes muster karo muster so dass ihr sein papier auf tour falls es euch gefällt falls ihr das gerne haben möchtet meldet euch bei mir nutzt im juli noch die aktion drei kaufen das vierte gratis oben drauf und ich grüße euch herzlich wünsche euch noch einen tollen tag und bis bald tschüss